Ich bin der Meinung, dass ihr Daddy immer noch halbwegs da ist. Was ist hier jetzt los? Wer bist du denn? Wo kommst du denn auf einmal her? Wo ist die kleine Maus? Okay. Wer bist du? Was denn für eine Lage? Ja, draußen geht's ab. Was willst du denn da abklären? Wovor redet sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist William? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Kann sie auch mit mir mal eine Frage beantworten? Wo gehen sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Okay, du bist die Mutti. Dann sag dir doch von vorn nach rein, du Nase weißt du, ey. Wirklich? Oder dass es deine Tochter ist? Wo ist Sherry hin? Shit. So, dann gehen wir jetzt mal gucken, wo ihre eigene Tochter ist. Weil sie uns ja die Frage nicht beantwortet. Die tolle... Sherry? Annette. Kannst du mich hören? Sherry, Sherry Lady. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Wo sind wir denn? Jetzt, ja. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen korrekt. Okay. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Was können wir jetzt machen? Nice. Okay, cool. Okay. Also, hier geht's auf jeden Fall gut ab. Geht ab. Nichts auf mich am Boden. Alles bloß und... ... ... ... ... ... ... ... Ich hab dich doch gerade... ... 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 Ich hoffe, ihr hattet jetzt alle drei ihre Fräse. Ist ja hier unmöglich. Oh. Wir hören Sherry. Sherry. Ich habe dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Warum lässt du die jetzt da unten? Hey, Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry? Ich kann jetzt wirklich nicht. Ist das jetzt eher ernst, dass sie ihre eigene Tochter in so einer Mülldeponie einsperrt? Und mit ihr redet über... Sherry, ich komme! Über die Kamera? Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Was ist denn da für eine Mutti? Na ganz ehrlich, das ist ja hier... Das ist ja... Das ist ja... Unfassbar. Was ist das für eine Mutti? Ist das, wie es ist? Das ist eine Scheiß-Mutti. Rücken einfach mal irgendwelche Knöpfe. Ah, nice. Okay, damit kann ich ja rüber. Das ist schon einmal zu wissen. Die hat nur die Frage, wie kommen wir denn zu dieser... Sherry? Vor allen Dingen, warum... Also... Die Mutter, die ist echt... Also so eine Mutti. Ganz ehrlich, ne? Also... Die ist ja mal richtig kacke. Und zwar richtig, richtig. Guck mal hier, haben wir jetzt den Drehknauf. Noise. Aha. ID-Armband. Ist ja jetzt schon wieder ein ID-Armband. What the fuck? Was hast du denn... Was hast du denn? Was hast du denn? Was ist denn jetzt hier? Was ist das hier? Vergiftet? Warum bin ich vergiftet? Nutzen. Bin ich nicht mehr vergiftet. Was ist das? Wo kommst du denn auf einmal her? Was ist das? Was ist das? Viel Spaß, Leute! Der war mal nicht schlecht. Muss ich, also muss ich ja mal sagen, der war sogar recht nice. Okay, nee, wir müssen hier hin. Was ist das? Oh, Gott. Die sind überall. Oh, oh, oh! Shit! Was? 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 Das war jetzt aber... ...not so nice. Was? Sieg, komm 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 komm. Du schreitst! Alter, heftiger Tobak hier, meine Phrase, diese Viecher, die sind echt fies, so jetzt können wir hier hinten, wo auch immer wir jetzt gerade sind, einfach durchsneaken, so, hier kann ich nichts reinpacken, hä, kann ich hier irgendwo raus, hier kann ich raus, cool, ja, hier ist auch nichts drin, so, warte mal, hier können wir was rausnehmen, ja, okay, nehmen wir jetzt mal mit, damit kann ich ja bestimmt den hier öffnen, ne, ah, okay, verstehe, sehr gut, mit dem wiederum kann ich hier nicht rollen, schade, warte, damit komme ich hier hoch, cool, nehmen wir uns den König mit, benutzen, damit ich das da mitnehmen kann, Elektroschockgewehr, diese Waffe feuert, äh, Metallhaken, auf dem das Ziel durch die Strom geschickt wird, solange die Waffe auf dem Gegner gezielt halten, okay, wenn sie allerdings zu viel Strom durch die Drähte schicken, brennen sie diese nach einem Stromstoß durch, dann öffnen wir jetzt mal hier, äh, die Sachen, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz, äh, den nicen Hinweis an, wir sind mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind, und Läufer und Dame nicht nebeneinander, und die Dame und Turm liegen sich gegenüber, okay, hier haben wir den Springer, haben wir gesagt, Turm und Springer, an derselben Wand, und, das heißt, hier kommt dann der Turm rein, äh, hier kommt dann die Dame rein, richtig? Ne. Nun nicht, aber... Ja, es ist auch nicht meine Stärke. So, dafür kommst du da rein, und du da rein. Ach, du, das ist jetzt gewesen, so sieht es nicht aus. Ich glaube, nur noch diese Kombination, da, ja. So. Okay, Sherry, wir sind auf dem Weg. Äh, ganz kurz gucken, Inventar... äh, geht so. So, dann gucken wir mal, was unsere Sherry macht. Ah, jetzt müssen wir noch wieder in Strom einschalten, ne. Es ist eine Hin- und Herge-Gurki hier. Der Strom muss aus sein. Wir müssen den Strom einschalten. So, dann machen wir an hier. Flup, flup, flup. So sieht's aus. Strom an. Sehr nice. Äh... What? What? Kannst du nicht einfach hier gegen die Tür klopfen? Und mir eventuell einfach aufmachen? Oh, das ist ja... Du bist ja... Alter, jetzt kann ich ja auch. Fuck you! Lass mich doch durch. Okay, wir sind weg. Ja, das ist ja auch nicht so... Also, würdest du mich nicht so angreifen? Werd' ja nicht so wild. Aber du greifst mich an. Das ist mein größtes Problem. Ich hab jetzt mal einen Blut, mal einen Blut aufgeren. Äh... Mezer? Oh, mäh... Da? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, fuck you, Alter. War das kurz? Ganz kurz die Nutzen. Anja. Ich hab eine Überraschung für dich. Ja, nice. Ja, nicht so nice. Okay, Zeit für die Zugabe, auf jeden Fall, und ich hab keine Heilung mehr, das ist gar nicht gut für mich, das ist, ich hoffe du bist jetzt auch gleich weg, ansonsten hab ich ein Problem. Wenn du jetzt nicht weg sein solltest, ist er weg. Alter, Falter, das war mal... Na? Ja, das ist wirklich, das ist nicht schön. Und hier kommen wir direkt wieder zurück zu Sherry. Hier ist klar. Dann wollen wir mal die Sherry! Was, die Mami ist hier? Sherry? Sherry, helfst du mich? Oh nein. Sherry? Ja, was? Alles okay? Wenn du dich nicht um deine Tochter kümmerst, dann muss ich jetzt anscheinend jemand anderes machen. Ich hab eine Kackbratze, ey. Ja. Was tust du da? Ich will dir helfen. Ich will die Tochter retten, du naseweiß. Sherry bekamst implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Was? Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht! William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe! Richtig so. Warte! 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 Ich kann etwas tun! In meinem Labor! Es ist nicht weit! Die ist klar! Mami! Es ist nicht genug Zeit! Millionen Leben sind in Gefahr! Mami! 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 Das sehe ich anders. Lebe wohl! Was ist denn mit ihr verkehrt? Ich hoffe, die verarscht mich! Sherry, keine Sorge! Ich hole dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist! Danke, Claire! Die Alte, die verdient ja wirklich mal... Also die Mutter, nicht Claire. Äh... Die... Also die... 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 Wirklich! Wirklich! Die verdient ja... Äh... Ich weiß nicht... Bisher... Ich weiß nicht, was ich mit ihr mache... So... Wie... Wie kommen wir jetzt zum Labor? Wo... Wo ist das Labor? Achso, warte mal, wir können ja jetzt mit ihr... Weit! Okay... Die Standseilbahn! Die Standseilbahn? Da ist die Standseilbahn, genau. Jetzt kommen wir an den Orientierungssinn wieder zum Vorschein, aber ich... Wir sind fast da, Sherry! Genau, da vorne ist diese... Ah, ja, ja... Ah, die Mutter wirklich... Die ist, äh... Oh, gut! Die Seilbahn! Nämlich nicht... Ah, durch das Armband! Ah, okay! Weil Sherry so ein Armband hat... Können wir die selber nutzen? Das ist natürlich auch... Sehr gut! Da wären wir! Halt einfach durch, Sherry, okay? Okay, schon, komm, komm, komm! Gut! Nice! Okay! Sollte alles überprüfen! Es gibt kein Zurück! Ja, es gibt kein Zurück! Wir ziehen's jetzt durch! Wir müssen's... Wir müssen zum Labor! Um der Mutti... Diese Bahn fährt zum Nest! Mal... Pache es zurück! Ja, das hab ich nicht von... Ich hab nicht von vorne auszustellen! Moin! Ja, okay, also... Meint ihr... Sherry schafft's noch? Ich hab keine Lust mit Claire... Sherry... Naja... Na, ihr wisst was ich meine... Deine Jacke ist so warm! Ja, aber ist doch gut! Hab ich von meinem Bruder! Weißt du, sie soll mir Glück bringen! Ja, ein bisschen ablenken tut immer gut! Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde! Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich! Bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte! Ah... Ich hab was von dir! Ich will das nicht! Was ist das? Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch! Ist von meiner Mom! Zum Geburtstag letztes Jahr! Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist! Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey! Sherry, komm her! Aha! Die blöden Mutter ist alles andere wichtiger, als ihre eigene Tochter! Hey! Halte durch, okay! Nichts! Wird in Kürze erreicht! Ist okay! Ich hab dich! Komm schon! Okay! Das heißt, wir machen jetzt... What? Was sind wir denn hier? So, wir müssen ja eh erstmal runter, ja? Weil ich kann ja eh nichts aufnehmen! Also, ich geh mal davon aus, wir müssen ja dann auch wahrscheinlich hier wieder ein bisschen zurück! Ich bring dir ein Heilmittel! Halt einfach durch, Sherry! Ist okay! Toll! Okay! Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden! Oh, das machen wir doch! Wir halten erst mal ein bisschen Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden! Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden! Ja, du musst mir das nicht 20.000 Mal erzählen, das war echt offensichtlich! Okay! Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden! Okay! Ich darf jetzt nicht durchgehen, oder was? Ich geh trotzdem durch, ich bin Rebell! Willkommen im Nest! Genießen Sie Ihren Aufenthalt! What? Okay... Sind wir hier? Okay... Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ne, hier kann ich nichts machen, okay! Muss ich hier... Kann ich sie hier ablegen? Erstmal? Dass ich ein Heilmittel gefunden habe? Ich hoffe, wir kriegen das alles noch hin mit dem Heilmittel! Ich bin ganz ehrlich! Ich hab keine Lust! Also Marv haben wir ja auch überleben lassen, ne? Irgendwas muss doch hier sein! Und, und, äh... Anti-Viralis-Argens... Das ist das! Das muss es sein! Sherry... Da werden wir ja jetzt auch nicht mitmachen! Also, wir hoffen mal jetzt nicht, dass sie sich verwandelt! Hey! Hey Sherry! Ich muss gehen! Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück! Versprochen! Der geht's ja nun richtig mies! Oh, wow! Wir haben eine Idee auch mal bekommen! Toll!